so jetzt wirst du auch mal wieder gestreichelt und du Schnecki und Peter du kriegst es auch so hallo hier sind wir wieder bei der garden witch die Sensenfrau hier im wunderbaren blühenden tal so du wirst auch gestreichelt werden ja ich weiß mein gott ist das ein stress so dann haben wir hier wieder unsere Schneckis haben wieder fleißig Schleimbälle produziert hier so wir haben leider nur Platz für zwei Schnecken immer pro Haus das heißt ich habe so viele Schnecken hier ich muss hier 18 Schneckenhäuser aufbauen das ist ein bisschen viel Freunde also die Biene aber jetzt groß das ist ein bisschen viel aber gut schon wieder Honig die Bienen sind auch sehr fleißig aber gut im Winter werden sie da nichts produzieren denke ich meine deshalb müssen wir jetzt auch ein bisschen sammeln wie sieht es hier aus was ist das hier ach so unser Kaninchen das andere oder Kaninchen Nummer 5 ich weiß nicht also sind so viele Viecher hier ist es schon der Wahnsinn ja also wenn man hier das mit den Schnecken richtig machen müsste müssten wir ganz viele Schneckenhäuser aufbauen finde ich aber ein bisschen übertrieben also ich hätte es ja besser gewonnen hätte ich mindestens ich sag mal vier oder fünf Schnecken und dann würden drei vier Häuschen ausreichend gut ist weil das sind so viele die hier spawnen also hier müssten die Entwickler eigentlich auch noch mal gucken ob die Balance hier so richtig stimmt wenn es ein Kaninchen nachher auch so ist da weiß ja gar nicht wohin mit dem Ganzen ne also ein bisschen weniger als Schnecken spawnen die wir hier anlocken weil die machen eh nichts dass die rumlaufen und mal Zeug wegfressen oder dass man in den Häusern mehr Kapazität macht das wäre eigentlich eine ziemlich simple Sache wird wahrscheinlich auch nicht viel Energiekosten dazu programmieren aber gut so wir können hier die Minze einsammeln schön und nochmal wieder Minze und die wollen auch direkt mal wieder verminzen hier also einplanen so Geld habe ich ein bisschen das du jetzt hier kommst du jetzt gehen wir auch so wie ich kleiner hier schneck dich ich will hier noch ein bisschen was pflanzen so haben wir das auch je mehr Minze desto besser ich denke die werden wir auch irgendwann nochmal brauchen wir könnten nochmal Monsamen hier produzieren so gucken wir mal da wächst ja auch noch was okay den können wir eigentlich abernten hier die sind alle abge- ausgewachsen inzwischen dann machen wir hier wieder neu hin am Zaun dann sieht das hier immer ganz nice aus wenn hier nochmal Monsamen wächst mit seinen Blüten hier ist auch immer so viel Platz so den einen haben wir auch noch versorgt finde ich cool dass man hier Musik machen kann das ist mal eine süße Idee muss ich sagen so das behalten wir mal eine Puste Blumen Löwenzahn Wurzeln schön bist du eigentlich Lavendel okay der Lavendel ist noch am Faxen und du Bäumchen hier orange Baum mein Gott das dauert ja noch ewig bis der gewachsen ist wenn bist du Schnecki Schnecki okay nochmal Lob ja da braucht noch ein bisschen die Sonnenblume hier okay die hier ist ein Blüten ist aber noch nicht fällig okay da braucht auch noch was hier dieses komische Schatten Chili auch merkwöhnlich ah guck mal an die Weintrauben sind fertig oh okay können wir eigentlich den eigenen Wein keltern juhu beziehungsweise können wir Balsamico machen und Rosinen okay na gut sie mag auch nicht jeder Klee ok da muss ein bisschen wachsen warum wächst der überhaupt hier Kürbis wo das kleine Ding hier ist Kürbis kannst du ja nicht mal ein Halloween Gesicht reinschnitzen auch da habe ich mir größer vorgestellt gehackter Kürbis aber der wächst öfter okay gehackter Kürbis ja so sieht er niedlich aus aber auch hier an der Frucht saß ein bisschen komisch aus hallo Klinchen ich mach nochmal Schatten Chili das ist Lavendel dann kriegen wir Strauß Lavendel Blätter es sind viele können wir mal sammeln dann noch mal das einmal und das hier dann beim Rest warten wir mal bis die Blüten kommen mal sehen was daraus wird der Baum braucht man ein bisschen lohnt sich noch nicht zu fällen so hier haben wir nochmal Feengras da muss nochmal Rommel Bimmel Bammel macht Minze ist hier Minz Samen okay die ist schon fertig gemeinsam okay also Minzen habe ich auch einiges wieder Brennnesseln könnte ich nochmal gebrauchen was wir mal mit dem Wein jetzt hmm Rosinen Staus Lavendel 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 da war doch irgendwas mit Lavendel was ist das hier eigentlich Knoblauch auch so sieht das aus auch ganz nett okay die Zwiebel ist noch am wachsen okay ja bis wir hier alles durch haben mein Kaninchen so bist du Wasser fahren der ist fertig eigentlich Wasser fahren bleibt mehr kriegt man da nicht durch okay na gut dann machen wir hier nochmal Minze zack und das ist nicht ungenutzt ist das hier schrubeliges und hier nichts ungenutzt lassen dann muss man ja was ich hier wo gepflanzt habe hier Knoblauch Karob das wird mal ein Karob Baum Jesus der braucht auch ewig gut gut schnöcki so mal gucken wie es mit dem Geld jetzt aussieht können aber nochmal Mohnkapseln machen die kann man glaube ich auch viel gutes Geld verkaufen äh wo war das hier eine Mohnsamenschoten kriegen wir hier sollen wir noch ein paar irgendwie weißen Knödel habe ich jetzt einmal gemacht die habe ich jetzt in diesen Futterdruck geschmissen vielleicht lockt es den Vogel an die weiß ich nicht ansonsten haben wir halt können nochmal Mohnsamen machen aber eigentlich habe ich genug ne können diese Schoten jedenfalls gut verkaufen so wir haben noch Baniselsuppe einmal mhm warte mal das mal da rein so sind wir noch früh am Tag aber wir könnten trotzdem mal was essen so ok jetzt wird man in die Stadt gehen und gucken ob wir ein bisschen Kohle machen können so ich sage auch nochmal Gras ja kann man auch nochmal hier abschnübbeln flop für unsere Kaninchen so weiß ich nicht ob das wirklich irgendwas bringen können aber ich probiere es einfach mal aus so ich brauche aber noch ein bisschen Gras für andere Sachen mhm mhm so ah ja ich weiß ich wollte eine Seile machen nochmal jetzt tummeln sie sich hier mal jetzt tummeln sie sich hier bei Peter du bist schon gestreichelt worden eigentlich dann guck mal so sie verdienen Peter hat immer so viel Angst das ist immer schwierig so zack äh ist das hier so ein Blumenblatt was macht man damit mhm so viele Sachen haben hier noch diesen Blob Schleimball Schleimball ja ok aber es blüht schön so hier habe ich Gras gepflanzt ist auch schon sehr schnell gewachsen sehr schön ok ok das ist gut hier kann man nochmal ein bisschen was Weizenmüll hier mitnehmen uff 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 haben wir noch was für unseren Kompostali aber ist ja noch ein Mohn gar nicht gesehen so wat wo ist denn der ganze Gas schon wieder hin also ihr seid aber auch gierig so was gut ich fitte da einfach zu viel Kompost da dann machen wir das mal alles komplett da drauf oder für ein weiteres Schneckenhaus röchte man ja auch naja aber was mache ich mit diesen Schleimbellen also wenige was bringen beim Verkaufen ist ja ok jetzt weiß ich ja nicht was ich mit dem Zeug machen soll Pling Moment das war ein Pling zu wenig so du 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 mal gucken so finden wir uns heute Satefakt erreichen Gipfel des Berges ja das haben wir noch nicht da brauchen wir erstmal anderes Werkzeug hier so unser guter Verkäufer wann ist denn heute Samstag ok der hat wieder mal wieder frei ok ah sehr schön Mohnsamenschoten bringen richtig viel Knete 56 Kackstein kann man auch gut verkaufen Rosenblüten hm das ist gar nicht mal so schlecht Schleimbälle Schleimbälle weiß ich es nicht aber verkaufen die mal die haben wir die werden wir eh genug kriegen äh Lavendel Lavendel Sand kann ich auch nochmal verkaufen dann ist er wenigstens weg mit mit einer Eisennetz behalten mal Rosenblüten bringen auch viel Geld ähm vielleicht behalte ich noch ein paar weil wir da irgendwas draus machen müssen so und die Mohnsamenschoten dann haben wir noch relativ schnell wieder Kohle zusammen hier gehen wir nochmal unsere Lieblingssukulente hier sind ja noch was Sand zufällig kann man auch nochmal gut verkaufen noch mal nicht viel tun Falschgemüttelt Falsch genau so da treu ich ihn mal wieder schön wieder weg nein jetzt machen wir ein neues hin so äh ist auch manchmal was ungeschickt ich ähm guck mal äh sieht zwar jetzt nichts gut allöchen ah jetzt nehmen wir uns auch mal hier was kann ich für dich tun so ich habe geschenkt für dich juppa super duper was auch immer äh keine ahnung ja was weiß ich ähm äh 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 ja äh äh schwierig so was hat sie noch zu kaufen irgendwas Neues Apfelsaft Kühlsaft Schokoladenkekse Cupcakes Erdbeerpfannkuchen hm bräuchte es aber nix von ich geh mal grad in den Kühlschrank davon bräuchte ich noch eher wieder was geht auch immer die Butter aus ist halt so Zucker Eier gucken wir hier nochmal rein nehmen wir nochmal mit steckt hier so das auch hier noch Holz mit geschleppt aber gut so haben wir noch los hier für sie so können wir den Tim noch was schenken natürlich nicht mal gesagt sich die Wendelmark oder sowas und dann müsste ja noch diesen komischen Baum uns angucken für die hier von der Bibliothek natürlich geschenkt für dich so mal gucken ob die auf Lavendelblätter steht vielleicht bis 10 Uhr das ist ja das ist ja das ist ja eine Unverschämtheit naja gut 1500 kostet na komm wir machen noch einmal Eisenerz dann sind wir auch die dinge mal los so das stimmt für irgendwas nochmal brauchen dann haben wir nochmal eine Eisenbahn hier okay so Goldspitzhacke komm her mit dem Zeug was solls was kostet die Welt so aha guck dir mal an hier spitzen Ausrüstung an die Frau hier so aber jetzt gucken wir uns erstmal ups an wie man jetzt hier an diesen komischen Baum da dran kommt weil das ist ja auch nochmal eine Mission die wir haben das Tor Baum des Wissens so jetzt kennen wir die Wurzeln des Baum des Wissens wie immer man das jetzt macht wie immer man die scannt sie kommen hier nur rüber aber kommt man da drunter bis zu oben irgendwo hin mal schauen da da nützt wasserkraft hier wohnt die drin ah ja genau genau ups jetzt hier komm ich jetzt weiter nach oben wahrscheinlich woanders ich glaube ich rufen und runter kommen hier wir kommen wir drum latschen so ein bisschen echt nicht schlecht und damit auch in der stadt rumreisen kann hallo unser part ist keiner genau die kammer runter auf nicht glaube ich eigentlich kann man gar nicht so einen hohen freundschaftsstatus haben schon das wiedereröffnete spa wo es jetzt von kunststoff wimmelt was kann man denn da oben hin da ist ja auch noch so ein wasserfang wie kommt man jetzt da hin also das ist doch noch unten irgendwie müssen wir hier nochmal rum gucken da rüber oh falsch ja gucken wir mal hier irgendwie gucken wir den da hin der ist doch da unten schon mal gewesen es gibt ja eine brücke aber passiert wenn ich einfach springe das funktioniert nicht ja aber zumindest hat mir jeden stumm schreie ich gehört auch geht das ist das ist schwierig hier für das hier ist schon jetzt dahin sagt man ich war doch schon ja gott und doch hier drüber ja hier war ich ein trottel jahre hätte man auch lang gehen können übrigens ja ja wenn sich hier nicht mehr auskennt aber brennen ja auch selten hier rum weil man diese bibliothek auch eigentlich braucht so wirklich bisher jedenfalls ja da waren schwunden das weiß ich das kennen das war alles das war unspektakulär ja das war jetzt mal richtig spannend das schnellste scannen man je hatte im spiel dafür bin ich runtergelatscht ich bin leute sogar früh ins bett gehen ich soll dass die viel zu tun hat ist hier noch dachchen oh hallo was weiß ich habe geschenkt für dich und keine ahnung bitteschön sagt das ziel ja besser ist nichts so ich habe das ergebnis das kennst du mal wurzeln lass mich sehen außer man über den wurzeln riesige kristalle sollen die da sein ist alle wurzeln sich schlecht es ist wirklich schlecht vermute dass sie die ergebnis ganz nicht gefallen werden das ist doch schlimmer das ergebnis das kennst zur folge doch hier diese kristalle nicht für den energiefluss des baums die waren eigentlich immer da oder sie brauchen energie des baums direkt die dinge sind die kristalline blutsauger das klingt ernst ich habe einen spitze ich könnte versuchen die kristalle damit abzubauen die spitze direkt an die wurzeln anzusetzen ist zu gefährlich das könnte die wurzeln schaden wenn du mir ein paar zutaten bringst kann den baum vorübergehend mit einer schutzzauber belegen ok klingt nach einem plan was brauchst du jetzt kommen 87 zutaten die sie in sechs jahreszeiten und zusammengebt ich brauche zehn löwenzahn blühten eine rose zehn kamillen blühten fünf stöcke ein glas honig und einen tropfen feentau das könnte schwierig zu finden sein buch steht dass es im feenwald gibt sollte weit nördlich der stadt liegen aber keine sorge feen gibt es nicht mehr findet sie vor allem märchen für kinder ist er trotzdem vorsichtig glaube ich dass heutzutage niemand diesen wald besucht also könnte bildet und überwuchert sein ich war da schon gibt es so frösche naja ok aber viel zeug gut honig können wir machen können blüten ja aber ein paar komplett in den teils zählen löwenzahn blüten aber jetzt nicht so viele die sind jetzt aus zwei sieben zwei die haben jetzt drei na gut da vielleicht gehen wir mal besser die falle oder damit können natürlich ein bisschen zeit haben wir noch lösen zum blüten da blüht und ich hier noch zum blühen kriegen er sieht ein bisschen trocken aus eigentlich die sitz leer die schlägt jetzt schlafen alle blüten lösen zu trocken aus hier das hier ist das ist leider eine blumen geworden schade also auf der seite gut aber warum sie löwen sein dafür blüht immer brennnessel das ist ein baum dann das stinkt normaler löwenzahn ist aber nicht unbedingt schlecht jetzt nicht auch immer mehr erde gebildet sehr schön das ist auch lewenzahn vielleicht können wir ein bisschen diesen pushen hier sind ein paar blüten kommen 8 tomaten schnarchen die alle die tomaten die hier drin jetzt essen die nicht gut also die nehmen nur den futtern ab das ist ja gar dann haben wir noch ein bisschen reserve falls die mal ausgeht ist ja gut so wie es sind so räumchen ich brauche noch ein bisschen gras ich wollte es seine machen tromp haben wir das auch ist das hier eigentlich ein stink normaler baum normale eiche aua ach das ist die blöde brennnessel gras na gut soll es da wachsen mal löwenzahn jetzt habe ich das kaninchen gegossen naja vielleicht sechstes habe ich besser weiß er nicht so löwenzahnblüten kamillenblüten ja was haben wir hier ha löwenzahnblüte ich könnte aber noch kamille anpflanzen da habe ich nicht so viel hier ist noch was gelbes oder löwenzahnblüte also die kann ich jetzt nicht nehmen weil mein leben darf oder was arg okay dann müssen wir mal schnell ein bisschen hier reinhauen grünschnitt weg damit zack so plopp und ich kann mal machen und die bieten noch mal was gemacht hier ne ja die soll noch nicht werden gut aber alles hier machen muss so kann man blüten was weiß ich ich wollte noch mehr gas hier ok brauchen wir dann noch ja nur den honig noch ok moment äh steht nicht mal versetzt naja so dann machen wir mal honig blum 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 ist im spiel aber wenn es geht die butter sonst nicht so die stöckchen und das holz brauche ich jetzt auch nicht unbedingt kann man mal die natur schmeißen soll ich hier noch drin schnittlauch haben wir noch kartoffeln haben wir auch noch wasserrätig sonnenkristallim auch noch mal rosenblüten ja gut die verkaufe ich sonst doch was zum stecken hier steine rum schlüpfen warum sie da schon so schwer lehnen wir auch noch jade funkel bleibt keine ahnung für alle gut sind löwenzahnblätter hier ist butter eigentlich durch den kühlschrank dann tun wir schon ein traum keine ahnung damit wieder machen jetzt irgendwas mit weintrauben als sami kann man ja jetzt auch machen wo mache ich den eigentlich also pflanzen öl kann man aus sonnenblumenkern machen okay als ariko würde ich jetzt sagen ja vielleicht sogar rühren aber wir haben doch hier moment haben ich noch irgendwas neues wo man das denn eigentlich dieses ding erdbeerpulver rosinen machen aus weintrauben ja dann kommen unser gras rauchen und kartoffelpulver erdbeerpulver erdbeermus ja ja gut das hat schon mal die süße hat ewig anfassen aber das wird zum essen konsumieren ist okay charakter kürbis kann man hier machen charakter kürbis was bringt man das dann ausprobieren muss jetzt ja gut sein so kürbis da kommen ja du kleiner zack wir können das kürbis super machen das kürbis lecker wenn man ein bisschen scharf macht voran sahne wasser kartoffelwürfel und bescheidener piment ok bescheidener piment gut aber geht jetzt mal pennen so auf geht's freunde juhu so was machen wir jetzt noch alles habe ich eigentlich irgendwas für den ganzen krempel kommt mir immer so ein wurzelzeug da kann ich auch nichts mit anfangen so habe ich gar keinen kürbis gut vielleicht tun wir mal den kühlschrank dass ich ein bisschen länger hält so hier die ganze butter jute butter zu essen machen wir eigentlich auch nicht so wirklich dann noch so viele leckeren sachen vom letzten fest und gucken irgendwie blüten da brauche ich eigentlich immer alles für die schnecken löwenzahnbluten habe ich jetzt hier leider nirgends irgendeine kiste drin ne mist ich habe schon hier immer alle verschenkt oder so na gut ist da wie es ist da können nix dran ändern ja das ist auch nichts jetzt mal reingeguckt karput bringt jetzt auch nix immer noch mal blütenpüree gut verschieden zusammen können tausend sachen kochen aber noch längst nicht alle zutaten und ist hier ups löwenzahn nicht das nicht völlig so schneckig ist hier alle wieder auf der rennbahn hier wo auch so ihr seid ihr peter ob wir haben fall am untersuchen auch immer lecker schnecken block wieder sehr schön die rosen blühen wieder sehr schön sehr schön dass sie merkwürdig ist denn jetzt hier knoblauch ach der ist jetzt fertig so sieht der ausgewachsen ist schnecki bleibt weg von meinem blättern hier sage ich dir das ist nicht so mit streichen ja mal knoblauch knolle knoblauch knolle und schmeckt alles besser naja fast alles naja gut ok knoblauch knolle muss doch wahrscheinlich dann irgendwie wieder zielos klinken jetzt haben wir drei kaninchen hier alle haben sie kohlen am 4 dass ich aufhören die alle zu füttern ist ja der wahnsinn hier so ich muss auch mal in mein haus leute so mein gott so uns am knoblauch samen nach die macht man aus der knolle klang dann bin ich mir den selber an pflanzen noch sehr schön aber das reicht noch wenn wir auch bald sommer ist ja auch vorbei bald knoblauch so können die noch hinsetzen so jemand gras weg sagt dann machen wir weiter hier knoblauch wohnlich eine plantage hier naja mehr oder weniger so viel knoblauch haben wir oder noch ein hin so haben das bild auch wieder sehr schön so knoblauch haben wir hier zunächst reichlich sehr schön sehr schön ich brauche jetzt aber nochmal löwenzahn leute löwenzahn das gießen hat ja durchaus doch was gebracht hier das komische zeug der klee ist noch nicht gewachsen die minze hier ist fällig zack die zwiebeln kann man auch einsammeln ok da können wir jetzt kein neues rezept für die knoblauch blüte ja die brauchst du ja auch immer ne kommt niemand dort mal mit für irgendwas wird die auch gut sein dann knallt mir hier nochmal eine minze rein so flop ok da hat noch ein bisschen er muss ja niemals sofort sein und so die blüte wäre noch so schlecht hier ein bisschen und sind schon wieder weg so wir brauchen noch fünf krimillen ja heute sonntag ne scheiße der laden hier auch noch mal gras ich bräuchte noch krimillen blüten ich habe auch krimillen angebaut hier das lavendel wir können jetzt einsammeln und nochmal an pflanzen sehr schön das hier regalo da wächst auch schon was streitet euch nicht kinder die welt kommt alle und alle dran hier die tonne so auch schon gewachsen keine ahnung können wir lernen so hier noch irgendwo was oregano hier ist das eigentlich mohn ah der wächst noch wo können wir das hier noch zack sieht aber nix noch krimillen aus hier oder was ist das hier noch mal weg so das ist bei fuß ok zwiebel ist auch fertig so können wir die auch der oregano hier der osmarin sei auch fertig was ist schön wieder so blüten dass ich einfach mal so von daher und hier können wir noch mal was pflanzen machen wir mal was hier auch in die außen gegend hin jetzt ja auch ein bisschen grüner wird so dann müsste man so dass man das in einem alles gießen können dann können wir hier noch ein bisschen erde draufschmeißen ein bisschen grünsschnitt rein so warte mal zack sand die zwei kann man alles verkaufen kann man alles verkaufen so ist mein zeug hier wieder ein bisschen düngen so du kriegst auch noch mal was so die sammlung und die man wächst hier ja da kann man vielleicht auch noch mal was erde hin schmeißen so haben wir auch gewinnen so gibt es ja noch ein gebiet die sich ein bisschen verbinden und dann haben wir einen richtigen schönen grünen gürtel unser gebäude hier das können wir ja genug machen das ist ja jetzt nicht das problem so tja ok ich finde mir irgendwo noch eine blüte brauchen kamillen was haben wir hier noch da haben wir noch mal eine löwenzahn blüte wahnsinn also mühsames geschäft hier werdet sich irgendwo noch was menschen wächst hier am rand ja auch irgendwo noch was hier wächst auf jeden fall noch nicht ausgewachsen schauen wir mal hier in blüten und ist das oregano und immer mit so hat war jetzt eine neue spitzhacke kann man das jetzt hier jetzt salzkristall eisen erz mehrere sachen aus einem draus kann ich jetzt das hier auch kloppen du schaffst der kleine jawoll ach man die dicken brocken hier weg wir muss gleich durchgearbeitet hier wir nagen uns hier durch die maus durch die wand das drinnen haben wir aber noch genug so machen wir den auch noch weg können wir gleich da durchlaufen ok gibt es doch noch mal bäume hoch uah dann wird wetter und ich in meinem kurzen röckchen wo sind wir hier ist der winter wo wir hier gelandet sind das werden uns der nächsten folge anschauen von gardenwitch live bye bye